Heute versuchen wir innerhalb von nur einer Stunde den höchstmöglichen Rang in Rocket League zu erreichen und zwar Super Sonic Legend! Pufo und ich haben beide aktuell keinen Rang und nur eine Stunde Zeit, um den Rang zu erreichen. Was glaubt ihr, welchen Rang werden wir erreichen? Schreibt's gerne in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Speedrun! Okay Pufo, bist du bereit? Erste Runde! Ich bin bereit! Okay, eine Stunde haben wir Zeit, um den höchsten Rang zu erreichen, den es in Rocket League gibt, also Super Sonic Legend. Meinst du, das ist möglich? In einer Stunde easy, da bin ich bar auf der rechten Seite, nicht gerade ausgeborene. Die ersten Gegner, die wir haben, sind natürlich easy, aber umso länger wir spielen, umso schwerer werden auch die Gegner Pufo. Also wollen wir uns ein Handicap machen. Was für ein Handicap? Nein, 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 wir müssen so schnell wie möglich gewinnen. Achso, okay. Ja, ja, weil dann gehen die vielleicht raus, weißt du? Rübert nochmal zu mir, rüber zu mir, rüber zu mir, rüber zu mir, rüber zu mir, oh, krieg ich? Okay, ich lass ihn, ich lass ihn, ich lass ihn. Okay, war ein Joke, dass ich ihn kriege. Bist du da? Bist du Mitte, bist du Mitte, Mitte? Nö, das schaffst du easy. Das ist der absolute Boss, wir brauchen Tore. Ja, das schaffst du. Er macht dein eigenes Tor. Jetzt schmelter ihn rein, Junge. Okay, erstes Tor. Wir haben nicht viel Zeit, okay, wir können insgesamt... Mega geschmellert. Keine Ahnung, wie viele Runden spielen. Hier? Ja. Ach, du heilige Kacke. Scheiße. Mega Aerial. Wie lange hast du nicht gespielt? Ist nicht wichtig. Actually, glaube ich, über einen Monat. Jo, was war ein Pinch. Oh, sad life. Ich habe auch seitdem nicht mehr gespielt, deswegen passt es easy. Ja, ja. Welchen Rang glaubst du, werden wir am Ende des Tages erreichen? Ich glaube, Diamant. Echt? Ich glaube, wir kommen zu Champs. Also mit einer Stunde? Vielleicht schaffen wir es auch höher. Den kriegst du. Grand Champs oder sowas. Also ein Supersonic Legends wäre insane. Glaubst du mir? Also Supersonic Legends wäre sehr insane. Warum für dich? Alter, du hast so hoch gespielt. Ja, komm, hör mir jetzt auf. Und er geht und da fliegt er zu mir. Und unter. Komm, mach mal einen richtig geilen Pass jetzt. Alter, der fährt halt nur geradeaus. Oh mein Gott, hä? Das Bots? Oh, Maxi. Oh mein Gott, der geht rein. Ey, der hat von echt wie guter Schuss von ihm. Nein, ich habe verfehlt. Das Ding ist ja auch ein bisschen, finde ich, dass man an diesem Playcept, von denen sich erstmal irgendwie ein bisschen gewöhnen muss. Und die spielen halt so kacke, das ganze Spiel, der ganze Spielfluss halt langsamer wird. Uh, Angeber. Least forfeit. So toxic diese. Hallo, wir müssen Zeit sparen, Fufu. Versteh doch mal die ganze Situation. Ey, instant. Mitte, Mitte. Wohin? Nach unten, damit das einfacher ist. Ey, er zackt, er zackt ja mal an. Aber das kann ich gar nicht mehr. Du kannst mich sacken. Jungs, kommt schon. Zeit Verschwendung. Smurfball 69. Ey, der heißt halt Smurfball 69. Was zur Hölle. Ich verstehe gar nichts mehr. Oh Mann. Ach, der ist scheiße. Das waren nicht mal gute Tors. Das war eine gute Tore. Das war einfach nur, die sind aber rausgegangen. Das war straight gegenfahren. Nerd. Wir werden als Nerd bezeichnet. Nicht Tor machen. Doch. Braucht das. Okay, lass das einfach auf Zeit spielen. Wir spielen jetzt komplett auf Zeit, okay? Das hätten wir die ganze Zeit schon machen müssen. Und runter. Erste Runde gewonnen. Mach mal weiter. Rein, 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 rein. Die sind Bronze. Die sind Bronze. Oh mein Gott. Wir sind wirklich vom niedrigsten Rang. Versuchen wir jetzt hochzukommen. Oh, zweite Runde. Die Zeit tickt. Fufu. Let's go. Wir müssen schnell wieder Tore machen und müssen hoffen, dass die rausgeht. Ach du, ist das Bronze? Ich hoffe, wir kriegen diese Runde bessere Gegner. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ich habe falsch getan. Ich bin nicht warm. Das nervt. Okay, und da kommt der Maxi. Ich hole mir hinter den Boost und er macht ihn rein. Ja, ist das Tor. Easy. Kein Problem. Ja, Maxi. Mir fällt gerade drauf, der hat einen sehr ähnlichen Namen. Da kommt der Fake. Der schießt hoch. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ist das Bots oder so? Hä? Ja, der andere hieß ja auch irgendwas mit Smurfballs. Also, das war halt wahrscheinlich ein Smurf. Das ist auf jeden Fall mehr Bronze gerade. Okay. Und das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ja, aber wir haben halt Missionen, ne? Und die Missionen werden wir verfolgen. Und die Zuschauer sind halt da für die Missionen. Die wollen gucken, ob wir die Missionen erfolgreich absolvieren können. Also, es tut mir leid, aber es ist ja nicht viel. Schneller, Fufu, schneller. Schneller, Mitte, Mitte, Mitte. Hier. Bitte schön. Wow. Okay, wir müssen auf 3.30 ungefähr runterspielen und dann hoffen, dass die rausgehen. Aber umso schneller wir die Runde vorbei bekommen, und umso mehr Runden können wir auch spielen. Smart. Ich glaube, die warten jetzt nur. Oh, Mann. Könnte ich mir vorstellen. Die Tore, die wir aber auch machen, sind komplett langweilig, ne? Please, forfeit. Toxic. Ja, schon? Was soll ich mal machen? I'm sorry. Ich entschuldige mich einfach nur. Ich bin der Sorry-Bot. Du bist der Sorry-Bot? Und ich bin der Toxische, oder was? Ja. Nein. Ich war zurückgelehnt. Zu weit. Nicht. Warum spammt ihr denn das Shit? Oh, für. Ja, die haben aufgegeben. Sorry. Wir gehen rein in die nächste Runde. Das war eine schnelle Runde. Ja. Das waren drei Minuten vielleicht. Nicht mal. Rein, Junge. Zeit ist noch da. Wir haben noch was drauf. Wir kriegen das doch. Okay, ich hoffe. Okay, wir spielen gegen... Oh nein, der hat ein Bronze-Ding wieder, ne? Oder ist das Gold? Nee, das ist Bronze, ne? Ich schaue es mir nicht an. Ich bin längst, habe Angst. Ich lasse ihn dir. Der kommt genau nach vorne. Ja, alles gut. Habe ich reingemacht. Das ist... Was ist das? Ich weiß es nicht. Season 13, Turniersieger. Oh nein. Ich habe noch nie so einen Kreis gesehen mit nichts drin. Das ist halt der... Bronze 1 ist das, glaube ich. Das kann nicht sein, dass wir immer noch bei Bronze 1 sind. Wann kriegen wir bessere Gegner? Ich hatte gedacht, dass wir jetzt schon bei Silber sind eigentlich eher. Dachte ich auch. Also wir müssen wieder... Bis 3.30 müssen wir ein paar Tore machen. Damit die vielleicht schnell rausgehen. Oh Mann. Ja, mach. Vielleicht toll mal. Okay, du machst Tor. Ey, wir spielen aber auch gefühlt wie die größten Boss-Fall, die gegen Bord spielen. Schwimmen wir gegen bessere, spielen wir auch besser. Es ist so dumm. Der geht rein, der geht rein. Digga, mach rein. Ich mache kurz Nary rein, ja? Never mind. Mohammed macht mich kaputt. Von dem Bord. Wow. Und ich bin toxic, okay. Also ich habe den Ball getroffen. Komm, für dich. Mach mal jetzt einen rein. Okay, 2. Tor. Ich schreibe direkt wieder, please forfeit. Auch wenn super Assi kommt, aber wir müssen mal machen. Please FF. Sorry. Schön. Ey, der Pinch war aber fast richtig gut, oder? Ja. Ich denke mal, wenn die jetzt nicht aufgeben, werden die nicht mehr aufgeben. Meinst du echt? Weil 5 Toren ist so, 5 Tore ist echt viel Vorsprung. Ja, 6 Tore ist aber noch mehr, ne? Stimmt. Noch eins. Dann gehen sie raus. Ich spüre das. Wenn ich ihn so rein mache, gehen sie raus. Please leave. Ey, das ist halt voll böse, aber wir müssen das zeitlich schaffen. Wir wollen super Assi in der Glänzchen werden, wo du das nicht vergessen hast. Dein Account wird so gebannt sein. Nein, wieso? Ich frage doch nur höflich. Die wegen uns nicht mehr. Die fahren nicht mal mehr. Oh nein. Leave yourself. Leave yourself. Nein. Nein. Ich bin mit dir. Schön. Oh mein Gott. Es ist so frei. Holy. Das ist so ein Toxic-Schlück-Scheiße. Was soll ich denn machen? Die sollen rausgehen. Oh mein Gott. Nice Tutorial. Ich fühle mich legit einfach schlecht. Aber was soll man machen irgendwie? Oh. Boom. Bam. Don't smurf and use their names. Hä? Their names. Also, warte. Ken die? Oh oh. Das sind Deutsche. Oh nein. Mohamed und Helly-Feely. Oh nein. Es tut uns so leid. Das ist Maxis Challenge. Es tut mir so leid. Upsi. Reiten. Sorry. GG. Ja, er hat recht. Ich darf mir nicht jetzt herausgeben. Sorry. Hast recht. Upsi. Okay, wir gehen rein in die nächste Runde. Guck, das ist Bronze 3. Wir kriegen jetzt Silbergegner. Yeah. Ah. Nein, nein. Wir haben die nächste neue Runde. Alle Schulden auf dich schieben. Okay, neue Runde. Runde Nummer 4 ist das gerade. Okay. Das sind jetzt, glaube ich, Silbergegner. Alright. Hast du, hast du, hast du, hast du, hast du. Oh. Gar nicht so schlecht. Oh mein Gott. Warte, ich touchen die Kacke. Ja, naja, reicht trotzdem. Reicht fürs erste Tor in den ersten sieben Sekunden. Jetzt müssen wir noch ein bisschen abwarten und ein paar Tore machen, dann haben wir wieder vielleicht einen Vorfit. Ein Vorfit. Die Leute wollen aber auch ein paar geile Tore, glaube ich, mal sehen, ne? Komm später, Leute. Ich sag's, wie es ist. Gleich. Später. Vielleicht. Ah, ich wollte so leicht in die Mitte spielen. Egal. Hier. Hast du ein anderes leicht in die Mitte. Ja. Die fliegen, die fliegen, die fahren noch alle. Oh mein Gott. Oh, Maxi. Klar, nämlich von da. Maxi stark. Ja, komm, der alte Maxi hat einen Winkel. Ja, der neue Maxi macht auch den rein. Doch nicht. Schade. Also, ich hab geschaut, ob der noch reingeht. Ich glaub, die haben jetzt schon keinen Bock mehr, weißt du? Hätte ich von da noch reinbekommen, wäre cool gewesen. Der Katsch war halt cool. Danke. Wäre der noch drin gewesen. Weiter, weiter. Fufu. Ah, ihr Damenbüch. Ich hab den Boost verpasst. Tor. Aha. Oh, schnelle Tore. Wir haben noch 20 Sekunden. Ja, 20 Sekunden, dann müssen die raus. Das ist, das aufkommt an mich, Arie. Ah, Flip-Reset. Easy. Doch nicht. Scheiße. Ich bin recht. Rechts. Oh mein Gott. Wir werden niemals Super Sonic Glatchen mit diesem Skill von dir. Achso, ja, geht von seinem auch nicht. Hey. Wee. Leave the game. We only have... Alter, ganz ehrlich, würde mein Gegner so sein wie du. Ich würde niemals lieben. Hä, warum? Ich würde so hart auf Zeit spielen, um die maximal zu nerven. War mich das zu toxisch, oder was? Du fragst. Oh, bitte. Bitte. Leave the game. Komm. Was denn? Funktioniert doch anscheinend. Funktioniert doch. Ja, was denn, Großer? Danke, Jungs. Ihr seid die besten Kostas hier rausgegangen. Ihr seid rein in die nächste Runde. Guck, wir haben nur drei Minuten gebraucht, oder so. Nicht mal zwei Minuten irgendwas. Und wenn wir so weitermachen, haben wir ein schönes Tempo. Der ist selber. Der war selber. Drei. Zwei. Zwei. Drei. Und nächste Runde direkt. Let's go. Mach einen geilen Pass. Ich smack ihn rein. Okay, der wird nicht geil, weil die straight fahren. Ah, siehst du? Ja, okay, da ein bisschen schräg. Der war aber sehr weit rechts. Ja, ja, alles gut. Yo. Ah, alles gut. Tor. Thomas, Tor. Oh. Können die vielleicht mal skippen? Das kostet auch Zeit. Wir kriegen, glaube ich, Nachträume. Kann sein, dass wir noch Silber bekommen, oder vielleicht sogar Goldgegner schon. Also, wenn die gerade Silber 2 waren. Ja. Oder der eine. Da müssten wir ja Silber 2 gewesen sein. Also, denke ich mal, dass danach oder jetzt schon Gold sind. Warum hast du nicht geschossen? Vertrau. Geht doch so. Speed. 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 Boom. Ja. Noch ein Versuch. Ich habe keine Rolle mehr frei gehabt. Ich habe keine Rolle gehabt. Und mich anmeckern. Alter. Hier, noch ein Versuch. Danke. Can you please? Geht doch nicht. Fünf Sekunden. Oh, sorry. Du hast recht. Sorry. Mein Fehler. Ich schreibe bei 3,30. Sorry. Oh, nein. Er schreibt no. Nein. Bitte blass. Geht runter. Geht runter. Ich verstehe nicht, was er da geschrieben hat. Tut mir ein bisschen leid, Jungs. Aber ich sage es, wie es ist. Er muss auch mal auf Zeit gespielt werden. Oh, ich habe keinen. Komplett gewollt. So, Runde gewonnen. Rein in die nächste. Sechste Runde. Wir sind noch gut in der Zeit eigentlich. Es ist manchmal ein bisschen schade, wenn wir nicht aufgeben. Das verbraucht dann echt viel Zeit. Die Masse, komm. Nein. Zu hoch. Wir sind zu hoch gespielt, Mann. Du hast zu hoch. Ich sehe es. Oha. Du bist jetzt zwar stark. Und das erste Tor ist nicht drin. Ach, scheiße. Er geht. Okay, dann lasse ich ihn. Also ich meine, er ging ja. Ich hätte erwartet, dass sie ihn nicht treffen, muss ich gestehen. Nein. Wo wir brauchen Tore? Ja. Erste Tor. Ich muss der FF. Nein, wir müssen ihm das Gefühl geben, dass sie keine Chance haben. Und dann schreibt man FF. Ist genau mittig. Einfach aufs Tor schießen. Oh mein Gott. Ach, das war ja komplett Käse. Egal. Aber es reicht. Tor, Tor. Oh, dann nimmst du ihn nochmal. Ja. Äh, das sind alles so langweilige Tore. Ey, weißt du, was geil wäre? Nee, was denn? Wenn wir ein Turnier machen würden. Okay. Weißt du, ein Turnier um 1000 Euro mit der Community. Bin ich dabei. Das wäre doch mal was Geiles, oder? Das wäre mega cool. Und damit würde ich sagen, bing, 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 bing. Das Video heute ist gesponsert von RepeatGG. Die sponsern auch, by the way, mein eigenes Turnier um 1000 Euro. Es ist ein Duo-Turnier und ihr könnt einfach legit kostenlos daran teilnehmen. Bitte schön. Das hätte man eigentlich früher machen müssen. By the way, falls ihr Lust auf E-Sports-Turniere habt, dann könnt ihr legit einfach auf der repeat.gg-Seite drauf gehen. Da seid ihr komplett richtig. Da könnt ihr einfach Geld und Preise gewinnen bei Turnieren von euren Lieblingscamps. Das Ganze auch einfach kostenlos. Es gibt täglich Turniere für viele Spiele, wie zum Beispiel Rocket League, League of Legends oder auch... Ah, warte. Ah. Rocket League, League of Legends oder auch... Thor! Fortnite! Über den Marketplace könnt ihr euch Münzen und Gegenstände kaufen, wie zum Beispiel PSN-Guthaben, Amazon Gift Cards und vieles mehr. Das ist wie gesagt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Und... Pass und... Daneben. Um an meinem Maxi Fight Cup teilzunehmen, müsst ihr nur eure Socials, wie zum Beispiel Twitch oder andere Sachen mit der Webseite verlinken. Und dann braucht ihr nur noch einen Duo-Mate, weil das Ganze wird am Ende des Tages auch Duo sein. Deswegen braucht ihr einen Duo-Mate, dann könnt ihr legit kostenlos an meinem Turnier mitmachen und könnt einfach 1.000 Euro gewinnen. Ist doch geil, oder? Ja, oder Fufu? Mega geile Sache. Warte, den kriege ich vielleicht. Und... Ah, doch nicht. Und falls ihr, by the way, blöde Hacker im Turnier findet, keine Sorge, die könnt ihr einfach reporten, dann sind sie komplett gebannt, dann ist es free. Dann ist es easy. Repeat GG zahlt an die besten Spieler 30-40% dann aus. Klickt einfach auf den allerersten Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann einfach kostenlos damit machen. Ihr müsst, wie gesagt, eure Socials dann verbinden. Und ja, vielen, vielen Dank geht raus an Repeat GG für Sponsoren des heutigen... Oh, warte. Eri? Mann! Repeat GG für Sponsoren des heutigen Videos. Viel, 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 viel Dank. Kuss geht raus. Und by the way, PlayStation ist Betreiber von der Repeat GG-Seite. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Und ja, das Ganze wird dann auch ein geiles Turnier am Ende. So, Runde Nummer 7. Warum waktet mein Bild so komisch? Was ist denn das? Egal. Jetzt haben wir immer noch Goldgegner, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ich hoffe, Gold 3. Ja. Oh, jetzt, 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 jetzt. Egal, Tor. Am Anfang schnell Tore machen mit sehr viel Selbst-Self-Konfidenz-Dings. Kriegst du Easy-Tor. Ähm. Maxi? Wir haben das erste Gegentor kassiert. Meine Kamera wackelt die ganze Zeit. Wie krieg ich das die weg? Warum machst du Kamerashake an? Nein, nicht das Kamerashake. Meine Deadzone von Kontrollers kaputt, deswegen. Hä? Und deswegen shaket deine Kamera so krass. Okay. Ja. Und da haben wir das zweite Tor. Das Ding ist halt, die haben jetzt ein Tor. Die denken deswegen, dass sie eine Chance haben, glaube ich. Ich habe sieben Punkte. Und Tor. Ja, das ist ein Merv. Da haben sie gar nicht recht. Nein, das ist falsch. Das ist unser erster Konkert. Ich fake. Was ist denn hier los? Maxi? Ich fake. Ja, ich zeig dir mal, wie es gemacht wird. Ey, der hat vorhin Korner geschossen. Kommt unerwartet. Die spielen jetzt ernst. Ich glaube, die sind auch Smurfs, Fufu. Könnte ja. Ne, sind sie, ne. Wird mal Zeit, ein bisschen ernster zu spielen, ne? Hab ich. Den mache ich rein. Okay. Ich schaue nur zu. Du hast gesagt, du machst ihn rein. Ja. Also dieser Wächter ist, glaube ich, Smurf. Der andere ist einfach nur kacke. Nicht böse gemeint. Hier. Siehst du mich? Genau beim Tor. Ja. Danke. Ich wollte nur wissen, ob du mich siehst. Schönes Tor. Könnt ihr vorfüllen, plieeees? Wird be nice. Koppelpunkt drei. Das war's, die Kombo. Ich will, meine Freundin zu sagen. Ah, die gehören nicht zusammen. Hier. Ah, er ist raus. Der andere ist raus, aber der andere ist noch drin. Good times. Gott, das sind jetzt Platin-Spieler. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dabei sind. Ich glaube, 35, 40 Minuten irgendwie so. Stimmt, Platin, Turniersieger. Harte Turniersieger, der kann was drauf haben. Oh, Chiefment bekommen. Okay, wir müssen wieder schnell Tore machen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, den hast du. Easy Tor. Woo. Ja. Komm zu dir. Mmh. Tor. Schnelle Tore. Schnell ist das Ziel. Okay, okay. Schneller. Das sind Teammates, das ist gut. Oh mein Gott, sorry. Schnelle Tore. Oh ja, ja. Maxi. Uh. Tor. Der wäre definitiv nicht drin gewesen. Also ich glaube, wir sind jetzt bei Runde 8 oder 9 ist das. Ein paar haben aufgegeben, ein paar haben durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie. Das war bei 35, 40 Minuten ungefähr. Egal. Man sieht auf jeden Fall, glaube ich, oben im wilden Countdown. Wie lange wir noch haben. Ja. Und dann nimmt er mit an die Wand. Da ist er in der Luft. Und den macht er natürlich rein. Das ist der Maxi. Meinst du, die gehen gleich raus? Also die haben noch 20 Sekunden. Also wenn die jetzt einen Comeback machen, nicht. Ja. Glaube ich aber nicht. Wir dürfen denen kein Tor geben, weil sonst haben wir das Gefühl, dass wir eine Chance haben. Weißt du? Es ist zwar wieder fies, aber was sollen wir machen, Leute? Ui. Der muss rein. Der war knapp. Nein, nein, da war noch Luft nach oben. Aber nicht nach links. Okay, ich habe dies vorfügt nicht böse gemeint. Ja. Hier sind schon einer draußen. Du musst nicht schreiben. Sorry. Ja. Das war eine kurze Runde. Let's go. Rein in die nächste. Wir schaffen das. Neunte Runde. Die war echt kurz. Ja, ja. Man muss weiter so beibehalten. Wir müssen die Städtore machen. Das ist halt der Trick, weißt du? Und den nimmt er. Kein Boost. Hast du den? Ja, aber ich habe nur Boost. Mein Rein jetzt. Der ist für den. Ah, toll. Aber in der Zeit nur ein Tor. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Zeit tickt, Bufu. Pressure ist high. Druck ist high. Hier. Sehr schön. Jetzt noch schnell weiter. Tore, Tore, Tore. Ich glaube, fünf Toren würden die auf jeden Fall aufgeben. Oh, den hat er nicht. Let's go. So, schnell Tore. Die sind beide da. Wenn du jetzt einen schnellen Touch nur in die Mitte. Oh, ah. Der hat mich getroffen. Oh. Smack ihn nach vorne, wenn du kannst. Oh, bitte. Ah, shit. Schöne Show. Das war gut. Das hat den Angst gemacht. Oh, oh. Oh, der wollte gerade einen Pass verhindern. Ich weiß, Fufu. Alter, ich habe nicht gerechnet. Ich fahre zweimal am Boost vorbei und du rammst mich. Ja, warum fährst du zweimal am Boost vorbei? Oh, jetzt rammst du mich wieder. Okay. Das ist drin. Kriegst du vorfüllen. Dungs, bitte. Oh, geben die nicht auf. Nein. Oh, er hat mir ein Schweinchen genannt. Sieht aus wie ein Schwein. Nee, er hat Picture. Er hat dich als Bild bezeichnet. Also, bitte. Meinst du? Definitiv. Oh, der ist gut. Ja, ich glaube, er würde mit G aber schreiben. Wahrscheinlich, aber er hat. Yeah. Oh, mein Gott. So easy. We win. Thanks. So toxic. Nice. Tutorial. Ey, man muss toxic sein. Vielleicht gehen sie denn raus. Siehst du? Es funktioniert. Lucky win. Lucky? Bro, wir haben 5.0 gewonnen. Wo war das Lucky? Egal, ich schätze noch. Nächste Runde. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich Diamond Gegner, ne? Ich hoffe. Das war gerade 3er. Ja, der konnte eines Diamond Turniersieger. Oh, jetzt wird es langsam echt interessant, ne? Mit rechts. Der ist AFK kurz gewesen oder nicht gefahren. Okay, und der muss drin sein. Oh, mein Gott. Jetzt machen wir ein ordentliches Topfufu. Komm, Junge, zwölf den noch. Oh, mein Gott. Ich habe... Was ist denn das hier? Ist das die Pampers Liga oder was? Was ist denn das hier? Fährst du oder willst du nicht? Ich fahre, klar. Soll ich? Soll ich fahren? Soll ich fahren? Ich fahre doch schon. Ist doch gut. Du bist alleine vorne. Ja, klar. Ich mache kurz das Ding. Dann kriegst du ihn runter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin so kacke. Same. Oh, ich war schon eingebammt. Und du triffst das Freitor nicht. Ja. Komm, er ist wieder auf dem Fufu. Danke. Das war peinlich bis jetzt. Okay. Schneller, schneller, schneller. Also das sind wieder Freunde. Das kann sein. Ey, der heißt sogar Pampers Loll. Das war wegen Pampers Liga. Kennst du das nicht vom Fußball? Ja. Aber. Ich war gerade so richtig Wayne im Zufall. Egal. Okay. Oh, mein Gott. Wieso hält der? Okay, du bist an der Wand. Dann nimmst du ihn nicht. Ja, den kriege ich auch nicht hier. Wäre ich gesprungen, wäre ich einfach gedankt worden von dir. Ich weiß, also ich bin. Ja. Von dir? Mein Winkel. Easy. Kriegst du ihn in die Mitte? Ich bin so kacke gerade die Runde. Oh, mein Gott. Der darf nicht gehen. Der geht, der geht, der geht, der geht. Der geht, der geht. Ey, mein Gott. Ah. Oh, schade. Komm, nach vorne und jetzt Mitte. Oder rein. Ja, rein. Aggressiv. Die sind beide im Tor. Ich bin blind. Ich bin blind. Die Runde bin ich blind auf beiden Augen. Mach ich bitte. Ich kann nicht. Ich hab verkackt. Ich hab mir einen Stress gemacht durch deine Präsenz. Also du bist schuld. Ähm. Okay. Schieß einfach in die Mitte. Ich mach ihn doch rein. Ist auch okay jetzt. Oder in die Mitte. Die Zeit, die tickt halt. Die haben nicht mehr viel Zeit, Mann. Oh, da fliegt der. Ah, der kriegt den ja. Der geht runter, oder? Ja. Oh, mein Gott. Bonk. Schönes Tor. Damit die ganz nett fragen, vielleicht gehen sie ja raus. Vielleicht gehen sie raus. Solltest du aber please wenigstens ausschreiben. Please. Komm, ich hab nochmal lang. Und wir kriegen irgendwelche Zeichen ab. Bombenpampers. Bevor ich bin reich. Na, du siehst mich? Ja. Aber ich muss dich nicht sehen. Ja, sorry, dass ich mich nicht sehen muss. Free. Oh, mein Gott. So free. So ernst. Holy. Ich mach wieder Toxic. Ich muss. Geh nicht vielleicht raus. Sonst ist es so sehr genervt. Oh. Nee. Okay, doch. Easy peasy. Nächste Runde. Rein. Okay, komm, Fufu. Das kann das Game sein. So ein Aufranken. Das letzte Game, Fufu. Zeitlich das letzte Game. Oh. Bitte. Oh, nein. Ich hab ihn gebampft ein bisschen. Oh, mein Gott. Das war so Käse. Es war so Käse. Wir haben keiner ein einfaches Tor. Oh, da kann es sein, dass das so hochgeht, oder? Da geht der. Baby. Ja, Junge. Was ist das Tor? Schöner Schuss. Schnell, viele Tore. Das ist das Ziel. Dann haben wir den Uprank. Dann sind wir innerhalb von einer Stunde zu Champ. Von nichts. Das ist das Ziel. Nein, ich wollte irgendwie vorbeikommen. Alles gut. Er ist da. Ach so. Raus. Raus die Pille. Wohin willst du mich nehmen? Ich hab keinen Boost bekommen. Schieß mich ins Nirwala. Nein. Ich hab verkackt. Wo bist du? Schieß höher. Keiner springt dafür. Keiner interessiert das. Hä? Ja, ich merk's. Schön. Ja, ich weiß. Clean, clean. Jetzt nochmal irgendwie in die Mitte. Oh nein, viel zu schwach. Oh mein Gott. Komm in der Zeit, komm in der Zeit. Ja, ja, ja. Ich warte auf seinen Schuss, weil er dran ist. Okay. Bitte. Schöner Versuch. Ja, das ist übers Tor gewollt einfach. Oh nein, er hat Boost. Er ist dran, der ist dran. Ich brauch Boost. Oh, der fliegt weiter und weiter. Okay. Ich glaub, das ist ein Champion-Gegner. Jetzt nur reinmachen, Torstreich. Alles gut, hab ich. Wenn wir das holen, wenn wir das holen, sind wir, glaub ich, Champion. In einer Stunde. Dann sind wir auf unseren originalen Rang. Ja. Aber wir haben nur eine Stunde hier gebraucht. Und Ewigkeiten auf dem anderen. Egal. Ich fake. Ich fake. Ich fake. Ich fake. Ich fake. Ich fake. Hast du, hast du. Nur du, Fufu. Nein. Das ist kurz, ja. Nein, fast geschafft. Ja, den sollte er easy haben. Ich muss den Boost von hinten holen. Nein. Okay, er ist tot, du hast Zeit. Ja, gut. Oh mein Gott, er ist noch vongekommen. Nein. Ja, ich habe ihn genau in ihn geschossen sogar. Sehr gut geschossen, Fufu. Ich fake hier. Oh mein Gott. Soll er nur hoch? Ja. Ich habe ihn verwirrt. Ich bin Mitte. Nein. Okay, sorry. Nur du. Danke. Kein Problem. Okay, hier ist ein guter Schuss. Ja, war. Oh mein Gott, da habe ich ihn aber noch. Kannst du easy machen, kannst du easy machen. Schöner Pass. Dankeschön. Danke. Okay. Hoch. Äh. Ich dachte nur, du müsse ihn. Ja, schön. Nicht so schön. Nee, ist echt nicht so schön. Der geht hoch. Egal, wir holen das. Oh, ich will Boost. Na, vom Rein. Du brauchst keinen Boost, oder? Ja, ich halte ihn jetzt einfach. Pass. Pass. Bitte schön. Lass die Boost. Okay, schön. Pass, easy. Der war drin. Ja. Okay, hast du? Du hast Zeit, keiner ist bei dir. Schöner Try. Bitte? Oh, ich wollte ihn hochlüpfen. Nein, so geht er nicht. Der wäre cool gewesen. Der wäre echt cool gewesen. Please, forfeit. Bitte. Zeitlich passt das noch. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt abge... Ja. Perfekt. Danke. Guck. What rank? For real? I don't know. Das Schlimme ist, wir sind eigentlich nur Champion. Hopefully, Champ. Wir hoffen mal, dass wir Champ sind. Wir haben es geschafft. Innerhalb von einer Stunde zu Champ. GG, Alter. Holy shit. Wo haben wir das heil gemacht, ne? So, okay, Leute. Das war es mit dem Video. Das gerne noch oben unten ein Abo da für diesen krassen Grind von uns beiden. Und schaut, wie gesagt, auf den allerersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da werde ich ein Turnier hosten. Wie ich schon gesagt habe, am zweiten, dritten Duo-Turnier komplett kostenlos. Ihr könnt 1000 Euro gewinnen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Einfach Link in der Videobeschreibung. Und schaut auch gerne bei FUFU vorbei. Der ist auch verlinkt. Und bis dann. Hab euch lieb und ciao. Wir sehen uns beide bei einem zweiten Drücken. Wir sehen uns beide bei einem zweiten Drücken. Woof!